Euer Pit und eure Nesti und wir spielen wieder für euch eine Runde Resident Evil 5. So, wir schauen ein bisschen erstmal wo wir hängen geblieben sind. Kapitel 4.1 und 4.2 stehen jetzt an und dann wohl in den nächsten Streams die letzten 6 Level. 4 Embleme müssen wir heute finden. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. So, this is the place he was talking about. So, das ist die Böge die Frau benutzt, um zu gehen. So, ihr zwei wirklich werdet ihr mit dem? Ja. Ja. Das ist nicht nur über Jill, sondern auch der Uroboros-Projekt. Ich glaube, es gibt nichts, was ich tun kann, um dich zu verhindern. Ich werde die HQ und versuchen, die Wettbewerbe zu bekommen. Ich werde also versuchen, dich zurückzukommen. Ich werde auchigkeiten, wie ich einfach são. Ciao. clip Ich werde dich veralt hast, Wasser über einer Geогl palmensee nicht zu 66. Ich müsste uns umver myślę schlafen. Unsere,inhalb von der Arme sagt, einer Kearse garantありがとうございます. Das ist ein Standard worm sein почему, die layers im Et permits. So, ihr könnt ihr anschauen. Ihr könntest nicht erst malו indicates. Der roommate kommt in die woods gefangen. Das ist schon mal见. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 True, let's move Help me out of here Help! Thanks for the help Help! 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 Help Help Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Was ist das? 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 ist das? Was ist das? ist das? ist das? Was 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 ist das? How can these survive on the ground? These are no ordinary flowers. Wait. Umbrella. so leute das war's wohl dann erst mal heute wieder als nächstes kommen die kapitel 5 1 bis 5 3 und 6 1 bis 6 3 dann hätten wir die story durchgespielt danach zeigen wir euch noch in albträumen verloren und eine verzweifelte flucht und dann wäre es das mit resident evil 5 also wir haben noch acht kapitel euch zu zeigen auf jeden fall wo noch ein bisschen was los ist so die emblemen haben wir schon hier müssen wir nochmal auf s rang machen genau jetzt kommt hier was mit den nächsten sechs so gehen wir mal rüber in die objektverwaltung so müssen wir noch kurz schnell nachladen hier bei allen okay das ist schon der rest ist schon nachgeladen so verticken wir noch unsere guten schätze so die herzen sind genau wunderschön was haben wir hier so die sieg noch nicht so die sieg haben wir noch nicht dann kaufen wir mal eine sieg wenn wir damit nur so mit haben die tag haben wir einen 3 haben wir jetzt wird es wieder richtig cool hier 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 so freuen sich Chris und Shava ungemein drüber Jetzt haben wir endlich unsere Westen, ja, das schränkt natürlich die Westen ein, das ist wahr. Die Lootsüchtige hier hat sich grad beschwert, dass die Westen natürlich einen Platz weg nehmen. Was, wir haben nicht genügend Geld, ich dachte, das ist ein Satz, der kommt jetzt erstmal ne Weine lieber. Okay, wir sind schon wieder schweinepleite. So, hier muss man kurz nach Figuren gucken. So, wo ist es kalt, da brauchen wir jetzt nicht. So Leute, das war's jetzt auch, glaub ich tatsächlich wirklich. Gucken noch mal, ob wir bei zusätzlichen Inhalte Einstellungen schon irgendwas cooles haben. Zwei, drei Kostüme noch. Okay. Alles klar. So Leute, das war's dann erstmal wieder heute von eurem Pit. Von euren Nasty. Äh, folgt uns bitte noch weiterhin unter twitch.tv slash deaddevil1991 sowie twitch.tv slash Nasty Scream. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, behaltet unsere Channel im Auge. Und, äh, schaut euch auch ruhig mal unseren YouTube-Kanal an, wenn ihr euch die anderen drei Kapitel auch noch reinziehen wollt. Ähm, einfach mal bei YouTube devil lehrzeichen tv lehrzeichen presence eingeben. Alles klar, Leute. Dann vielen, vielen Dank fürs Einscheiden und bis zum nächsten Mal. Euer DevilTV Team. Reingehauen.